ja dann starten wir mal an Dingen hier in Aparillo und ähm da ist eine Station konnte ich da eigentlich was verticken ne glaube ich nicht aber meistens ähm die Station wo man was verkaufen kann die haben so einen kleinen Landeplatz davor und äh machen natürlich irgendwo Sinn nicht mehr so weit da unten hier ist überall Gold ich habe keinen Platz das Raumschiff ich habe Platz dann landen wir hier direkt mal neben den Knubbel mal mit da das war jetzt eigentlich nicht vor aber ok gehen wir gleich Tamion holen im Aal erstmal der Gold mitnehmen hier ranz 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 alles weg holen alles mein Gold ich hab's abgebaut das gehört mir gleich ist er weg dann haben wir den Knubbel hier weggebatert so weg ist er quasi komplett weggefressener Ding wie voll sind wir jetzt geht eigentlich ne tja auf jeden Fall muss ich irgendwas finden wo ich meinen Scheiß wieder verkaufen kann wo war denn das hier ach bereits bekannt warum war nicht wo ist mein Raumschiff jetzt geblieben ne hallo irgendwo mein Raumschiff geparkt ah platin Raumschiff ach da ach so auf so ein Dings geparkt ja toll nicht genug Treibstoff lass mich verarschen muss ich wo schon mal Plutonium holen Plutonium sammeln ich brauch kein Plutonium sammeln ich brauch kein Plutonium sammeln was ich brauch ist so ne Dingens hier ne Station wo ich meinen Scheiß verkaufen kann was ist denn da unten hm was sinnvolles ne das ist nur normale da wird man nichts bringen was ist hier denn ach auch so ne normale Station will ich ihn damit ob er vernünftiges wo man verkaufen kann da ist so ein Pille Ballerotster was ist denn eigentlich alles für Dinger hier na komm wir fliegen mal raus und besorgen mal Tamium ich glaub die ganzen Symbole da oben die sind von anderen Planeten nicht von hier das ist der ganze das ist der ganze Plutonikanone hat er nicht eine andere Hey, da war aber schon mal ein anderes Raumstipp, ne? Tamium Ja, schön Unentdeckt Mond von Greenfield, ey da waren wir auch noch gar nicht Komm fliegen wir mal zum Mond Nach Greenfield müssen wir sowieso, kann ich wieder Geld verdienen Ziemlich kleiner Mond Sehr gut, Monden sind sowieso klein Im Gegensatz zum Planeten 50 Sekunden Okay Wollen wir mal gucken was da so drauf ist Ich weiß es nicht Er fliegt nur ein bisschen doof eigentlich 4 Minuten Nix 4 Minuten 20 Sekunden 4 Minuten, ey Ist klar 10 9 8 5 5 5 5 6 6 7 7 8 10 10 7 8 9 10 11 11 10 11 12 12 12 wo wir hin können wunderbar ich muss noch nicht scheiß verkaufen und da steht auch irgendwas wenn man abbauen kann und guck mal da wieder ist wo landet denn jetzt wieder lande bereich nicht frei ist aber wiss ich verarschen oder war das landeplatz hallo wo ist das ding denn jetzt Junge 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 hier da drauf landen auf das Ding hier lande auch daneben Mykoskrater Mond Hätte ich nie gedacht so rein hier Hallo was haben wir denn hier tolles 24 plätze was habe ich jetzt 22 plätze mir kein ding besser als meins ich meine 24 plätze war und den nehmen wir mal sieht ja auch schick aus so verkaufen ein bisschen Schrott verkaufen hier verkauf mal kupfer brauche ich noch das Zeug das kann auch weg die Perle kann weg Gold natürlich der kann auch weg den brauche ich gerade nicht Emeril Titan auch weg ein Gag Amoled weg ähm was kann man auch weg tun sonst nix was ich weiß noch nicht was ich mit meinem Raumschiff noch drin habe so was haben wir hier habe ich da eine Karte für und da ist ja wieder V2 pass natürlich was doch sonst nichts anderes erwartet so und du ein dringend wir sagen auch mal der gleiche er übergibt mir das Messer und erwartet von mir das gleiche Hand aufschneiden ok Warp Reaktor Sigma ja schön jetzt habe ich den dynamischen Resonator natürlich gerade verkauft aber den kann ich auch bauen sollte eigentlich da ist er und dafür brauche ich dieses Krisonit ja ja ist ja gut da habe ich mal ein Rauschfrein da drin was hat den naja ist auch ein kleines Schiff ein kleines Schiffchen im speichern hier Aluminium Aluminium ok auf dem Mond gibt es also Aluminium boah ein Unterschied ne so auf dem Mond gucken wir ich mein Schiff noch drin habe das können wir rüber nehmen das können wir noch rüber nehmen wobei wir das Schiff ja eigentlich auch brauchen noch ne so jetzt gehen wir mal gucken ähm wo war da was ist das da für ein Ding da hinten ist hier hier die Jung und was sind das für Dinger hier was ist das für ein Material ist das was sinnvolles wo da wieder irgendein Müll das ist glaube ich einfach nur ein Stein oder ne muss aber zum abbauen ah toll das haben wir so ein Steinchen muss ja gar nichts zum abbauen auf jeden Fall eine schöne neue bunte Waffe haben wir aber Heridium gibt ja massig Gucken wir mal was hier noch drin ist vielleicht irgendwas sinnvolles schon bekannt kennen wir also schon aber auch schon aber auch schon Schild wieder herstellen da geht das Licht aus toll Eisen Tja könnte ich eigentlich das Ding mal aktivieren habe ich noch genug Eisen um so ein Ding zu bauen hier Überbrückung ein paar Dinger hier freischalten gehört hier nochmal ein paar Dinger hier freischalten höre mal habe ich gerade gebaut so Raumschiff ok Raumschiff nicht in reichweite warum das denn steht doch da vorne es war gar nicht so weit weg ok und jetzt so jetzt aber hinter die dinge da einschmeißen signal scanner ja schön unterschlupf absprungkapsel herrlich warte mal noch noch eine absprungkapsel noch eine durch die gleiche naja ist eine andere wie viel geld habe ich überhaupt 779.000 sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen geld noch machen bevor wir da hin fliegen also dann hier übertragung ein signal entdeckt ja herrlich raumschiff wir haben hier noch genügend platz mal aufladen ich habe hier auch ziemlich wenig drin ja schön ja soll ich nochmal hier das ding abbauen hieridium hier wird ja geld für und so braucht der ding gar nicht ab will er nicht wahrscheinlich war er zu stabil oder so ist auch hieridium und warte da nicht ab seltsam ja wie wir sagen das ding aber abgebaut da landet schon wieder irgendwas hier mal nochmal speichern über andere dingen jetzt ja von mir entdeckt da weiß ich aber wo ich jetzt dieser speicher ampel da hinten map gespeichern so ja und dann würde ich mal sagen gucken wir mal in der nächsten folge da wieder machen möglicherweise habe ich da schon etwas weiter gemacht muss ich mal gucken ich weiß nicht so genau ich weiß nicht so genau tja liegt daran weil ich gleich wieder arbeiten muss und dann habe ich nicht so viel zeit und naja muss ich mal gucken ansonsten mach mal hier weiter aufgehörter also bis zum nächsten mal tschüss tschüss Vielen Dank.